Und ich probiere jetzt auch direkt mal, es sieht so ein bisschen aus von der Rückseite, ich drehe einmal um, so ein bisschen wie Nahnbrot oder ein Mix aus Nahnbrot, Pizza und Pfannkuchen, aber es duftet einfach unglaublich lecker. Oh mein Gott Leute, es ist so unfassbar lecker. Auch die Tomatensauce, Oregano, den Pizzateig, ich stelle ihn einmal scharf, der ist mittlerweile schon total abgelaufen, aber hält sich wie gesagt auch ein Jahr länger. Ich weiß auch gar nicht, ob es den im Fitnessshop Hamburg noch gibt, aber die Kombi, es ist einfach, Rezept wird auf jeden Fall folgen, super Werte und mit dem Grillkäse Thaler ein Träumchen. Und Leute, auch der Salatmix, ich habe die Pommes Thaler, habe ich im Gastroback Air vorher zubereitet, 5 Minuten, also ich sage euch, unfassbar lecker. Also zu wild und dann noch so top Werte. Rezept kommt bald möglichst.